Bruder, ich verrecke. Ja, ey, Digga, meine Fresse. Würdet ihr sagen, dieses Hypersensibilisierungs-Ding gegen Allergie hilft? Es dauert halt zwei Jahre oder so, oder? Und ich denke mir dann immer so, wenn ich drüber nachdenke, wenn man das macht, diese Therapie. Bruder, wer weiß, ob ich in zwei Jahren noch lebe, Chat, wisst ihr, wie ich meine? Man weiß es doch nicht. Zwei Jahre ist gefühlt, da bin ich fast schon tot, gefühlt, vom Vibe her, vom Feeling her. Meine drei Jahre, nee, dann lasse ich es lieber gleich sein, Chat. Dann lasse ich es lieber gleich sein. Dann einfach lieber auswandern, würde ich sagen, Chat, oder? Einfach auswandern, irgendwo hin, wo schön ist. Ja, hat die letzten Jahre null Probleme, jetzt kickt es einfach anders. Oh, Bruder, Big F für dich. Also bei mir ging die Allergie mit ungefähr 16 los, Digga, mit 16. Ich hatte bis 16 nix, keine Allergie, gar nix. Und dann irgendwann in der Schule, als ich in der Schule saß, meine Augen gejuckt, Digga, meine Nase war so kratzig, mein Hals war kratzig, so. Und ich dachte jetzt, ich werde krank, aber das war dann einfach der Start der Allergie. Komplett beschissen. Ja. Ich habe auch übelst Pollenallergie. Ja, beim Beilat.